Überraschung Was machst du da? Ich wollte jetzt die kleinen sauber machen die ich schon weggetan habe damit die Katzen da nicht zwischenlaufen Warten die in der Taschen? Kanickel? 2 Meerschweinchen oder Kängurus 2 Meerschweinchen sind da ich glaube es ist so laut und die wollte ich halt mal sauber machen so und jetzt will ich ja wissen womit ja wir wollen ja wissen wo sind die kleinen wo sind die kleinen also erstens brauche ich Weiß das ist jetzt Chaos also erstens da als Nummer 1 also das bunte das ist die Zoll und das grau-weiße das ist die Roxy ja man kann sie jetzt die süßen gut erkennen so und jetzt haben wir hier eine Isis also was ich das mache jetzt nehmen wir diese Strohstreu als Unterlage damit die nicht im Wasser liegen das hier ist der Strohstreu also mach ich das eigentlich immer ja genau man kann es ruhig zeigen sie haben eh nicht dafür bezahlt aber ich finde das ist das beste Strohstreu dann nehme ich immer diese Streu hier und weil es jetzt Winter ist und auch mal ein bisschen kühler werden kann habe ich gedacht wegen der Bodenkälte nehmen wir Stroh normal nehme ich immer so Waldboden, Kräuterboden, die es überstreue halt ja und das ist Heu hier unten genau und natürlich damit keiner meckert Heu ist auch verraten das ist ja sehr wichtig, warum muss man eigentlich Heu geben wie viel braucht man denn da warte mal und zwar ist das Kornblumen Heu das ist ein Blaschen Heu das habe ich noch nie gesehen man sagt mein Saugfutter ist halt Heu die brauchen das für den Magen und so am besten setzt du dich bevor du wieder hinfällst die geht gleich im Stroh du liegt halt auf den Haaren auf den Haaren ja du liegt halt auf den Haaren ja ich weiß wenn ich hier sauber mache dann sieht das immer so chaotisch aus tut mir auch sorry du bist die Cassie ne? ja ich bin die Cassie und wer ist eigentlich hinter der Kamera? und wir sind mit uns nice friends du hast mich jetzt gerade so überrascht du wusstest nicht mehr wie der heißt ich weiß nicht wie der heißt also Isis findet das immer mega interessant wenn ich hier sauber mache ja die tun auch den Tieren nichts die Kätzchen die wollen gar nicht ja aber wir haben trotzdem viele sagen der Käfig ist scheiße für die Tiere ich gebe euch recht ein selbstgebauter Käfig ist immer besser aber wenn ihr hier kein Oberteil hätten was wäre dann passiert mit Isis die würde die so lange ärgern bis sie nicht mehr können die würde die ganze Zeit mitspielen nicht weil sie dem weh tun will weil sie halt ein total verspieltes Kätzchen ist und die kriegen dann einen Herzenpack nachher weil die dann irgendwie ausgelaufen sind deswegen habe ich gesagt ne das muss jetzt so sein ne das muss jetzt so sein ne das muss jetzt so sein die dürfen auch hier rumlaufen ist ja jetzt nicht so wenn sie das immer eingesperrt sind nein also die laufen total viel hier rum dann bleiben die Katzen halt draußen genau und dann dürfen die hier rumrunnen eben also das ist alles dann normal wenn man jetzt sagt ja ich gehe auf den Parkettboden Leute ich tue dann hier Handtücher teilweise ich habe noch so eine große Handtücher oder ich mache halt Bettlangen und hinterher tue ich die in die Wäsche was ist denn dabei? genau dann sind die Bettlangen nur für die Merle genau und die tue ich dann in die Wäsche und dann ist doch gut ja oder für die Katzen halt und wenn die sauber sind ist das den Katzen noch so da aber Ali was hast du denn heute so gemacht? ja was habe ich heute gemacht ja da heute ja der dritte Advent ist ne? einen schönen solchen Advent euch an ja auf jeden Fall ja was haben wir heute gemacht ja heute habe ich jetzt wirklich so ein bisschen erst mal haben wir so ein bisschen relaxt ein bisschen lange geschlafen ja weil wir heute morgen erst um 5 Uhr ins Bett gekommen sind ja ja ist nochmal so bei uns was haben wir geguckt? YouTube ja und dann genau bis heute morgen haben wir YouTube angeguckt ja und dann anschließend heute Mittag haben wir dann mal ein bisschen was gekocht sonst gab es heute veganer Spinat also Ali hat den Ali hat den den Angebotbezweck als Werbe ähm Basis gehabt das heißt er hat das als Werbeangebot gehabt veganes Spinat kann ich euch besser empfehlen ja also bevor ihr hättet ja Spinat ist immer veganer da war jetzt so eine Creme drin ja da war so eine gewisse creme ich hab die Sahne ne und Kuhmilch war dann diese vegan Creme drin ist sehr lecker es war ein bisschen herber aber sehr lecker damit wir töten ne? ja so weiter ja was machst du so normalerweise Wochenende? ja was machst du normalerweise Wochenende ja jetzt geht ja Samstag nicht mehr ne den Laden ist ja gesamstag zu ja und ja ja was mach ich dann ja gestern haben wir einen Einkaufsmarathon gehabt ein Marathon war das hört auf wir waren einkaufen wir haben nicht gebunkert oder so wir waren einkaufen von 1 Uhr bis 2.10 weil es hier nichts gibt ja also es gibt schon aber nicht das was wir wollten ne? also wenn ihr gegangen seid und hier irgendwo in Ort von Köln wohnt dann dort laufen bis zum Köln ja ja also wir haben 5 Geschäfte haben wir durchgelaufen zwischen Ortschaften ja und haben dann endgültig so einigermaßen das bekommen was wir wollten und am Montag gibt es weiter um den Rest noch zu kriegen ja also kein Geschäft hat man nicht ausgelassen aber klar ist auch klar heute Tage kommt ja weiter Lockdown haben wir gehört eben und Bunkern auch viele obwohl wir für Bunkern gar nicht sind weil ich denke Essen gibt es immer ja eben also Bunkern nicht so viel Leute das habt ihr ja schon beim ersten Lockdown gesehen genau es gibt nicht immer alles aber ein paar Bunkern und Klopapier gibt es auch immer braucht ihr auch nicht zu Bunkern ich habe jede Menge Klopapier gesehen ja also es sind auch die Center Shops SGM und Rossmann und wie die alle heißen und die ganzen Discounter also ihr bekommt auf jeden Fall jede Menge Toilettenpapier also braucht ihr jetzt wirklich nicht zu Bunkern und Nudeln gibt es auch genug jede Menge genau haben wir auch schon gesehen also gibt es alles und dürfen ausmachen also bitte nicht Bunkern denn die anderen haben auch Familie und die haben auch genug ja das sollte man auch mal ein bisschen berücksichtigen und nicht nur an sich selber denken ok ja bei uns war das so ich hatte auch nichts mit dem Schrank gehabt das ist die ganzen Arbeiten 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 und irgendwann habe ich meinen Schrank aufgemacht und habe dann selbst gestellt leer 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 jetzt ist wieder Zeit zum Einkaufen dann haben wir gemerkt so wenig Katzenfutter also sind wir dann noch zum Frühst nachgegangen genau für diese Woche jeden Fall ich glaube schon und Katschi bis unten Katschi ja wir müssen halt auch eine Ortschein weil dann brauchen wir halt eine Spiegel weil wir machen ja alles zu Fuß genau wir haben kein Auto also scheiße tragen alles aber das liegt so scheiße in der Mitte also ob wir jetzt da hinlaufen oder fahren haben im Grunde den gleichen Weg genau wir können dann mit der Bahn fahren also hier fährt ein Straßenmann hier und wie auch viele kennen und der hätten das auch machen können aber wie gesagt das ähm ne der kriegt so und so scheiße auf dem Weg genau und da haben wir dann gedacht okay aber laufen tun sie mal ganz gut weil da haben wir dann aber wir haben auch eine Belohnung bekommen ne ja wir haben anderthalb Filo abgenommen ne genau echt gehen das also lauft bewegt euch gerade jetzt in der Corona Zeit wenn jetzt der Lockdown kommt dann sitzt man wieder rum man geht nicht so oft raus und dann wird wieder viel genascht besonders jetzt kommt wieder Lockdown und noch der Weihnachten noch dazu also ist wow für den Körper mhm lecker ne ich wünsche jetzt hier Weihnachten noch ganz ehrlich ja gut den vermissen wir jetzt alle ne das ist klar also viele vermissen den nicht habe ich schon gehört aber für mich ich kann nicht in die Weihnachtsstimmung Leute ich weiß nicht wie die jetzt in die Weihnachtsstimmung kommt aber ich bin überhaupt nicht dran ne also ich bin auch nicht so in die Weihnachtsstimmung so richtig also ich bin auch gestern auch so mal ne so gucken gegangen so geschäft und alles und ja es war auch jetzt nicht so zum Beispiel damals ja davor wo wir das noch nicht hatten mit diesem ganzen Corona Mist hätte ich bald gesagt ja ähm da hätten hatten wir schon angefangen uns einen süßen Teller schon mal so auszusuchen da man dachte mhm lecker Nougat für den nächsten Marzipan für den anderen was weiß ich was man alles so gerne mag ne aber dieses Jahr haben wir nicht mal den anfang haben wir gemacht ne auch Geschenke und so haben wir auch noch nicht geholt ne wir haben ja gesagt wir schenken das nicht ja aber auch schon gesagt machen wir dieses Jahr nicht und ja irgendwie ist die Schimmel nicht da ne wir werden wahrscheinlich schönes Essen uns machen und dann äh schön zusammensitzen beim leckeren Raclette beim leckeren Raclette genau und böse ich auch hin toll wenn der jetzt den Müll ausmacht geht ja da komm ich ja den Müll hin ne ja der geht nicht jetzt mhm dreckig aus aber du noch dazu sagen Leute ich hab Weitboden genommen genau das auch ja Kräuter und Weitboden ja man sieht das ein bisschen dunke jetzt aus als es ist genau Wie geht mir den Hater, ist gar kein Problem. Aber was hast du eigentlich gestern noch nicht angeschaut? Hat er zwischendurch noch Sims gespielt? Weil ich liebe es, Sims zu spielen. Ich liebe es, Sims zu meinen. Ja, ich habe es halt schon angeguckt. Ja, ich schaue mich schon mal die gerne mal. Obwohl die Frauen mir sehr leid tun. Die amerikanischen Frauen mit den 300 Kilo Frauen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Also ich tue mir wirklich sehr leid. Dass die da... Jetzt werden viele sagen, ja, da müssen wir nicht so viel essen. Nee, das liegt noch nicht daran. Das ist auch wirklich manchmal eine Sucht und eine Krankheit. So wie einer raucht oder gerne Alkohol trinkt, so haben die leider auch das Problem mit dem Essen. Und in Amerika haben wir leider auch nicht so die Chancen, so zu kaufen, wie sie gerne möchten. Das haben wir gestern auch bei einer gehört. Die hätte auch ganz gerne mal Oslo oder Gemüse gekauft. Aber die konnte ich das nicht leisten? Aber kann man nicht leisten, wenn einer einen Apfel für einen Apfel bei 3 Euro umgerechnet bezahlen musste. Und du hast eine Familie, dann legst du dir das Teil. Mal 4, 11, 15 Euro. Und dann, wer kann das? Und so sieht das auch der Anderweiter hier aus. Also sind sie verpflichtet, anders zu kochen. Also nicht so gesund zu kochen, wie wir es jetzt machen. Genau. Sondern wir müssen leider das so essen, wie es gerade gibt. Und dadurch trotzdem, und das sind die dann gewohnt von klein an. Das wird ja anerzogen so ein bisschen. Ja. Und dann bist du in diesem Trotter, ne? Und ja, so wie ein Raucher, sag ich jetzt mal. Der sagt auch, ich höre heute auf. Also ich gewöhne mir das ab. Oder einen, der gerne einen Kölsch oder so trinkt. Und der sagt, ich höre heute auf. Und abends hoff, das ist dann schon wieder ein erstes Zigaretter. Weil der sagt, ich mache das ja nur heute Morgen. Dann mache ich es morgen. Und dann morgen. Und so fortsetzt sich das dann alles in dem Kreisloch dann zusammen, ne? Das muss auch mal gesagt werden. Genau. Also ich kann die Leute nicht verurteilen. Im Gegenteil, die tun mir wirklich von Herzen. Nein, mir tut das echt leid. Es tut auch weh, wenn man manchmal sieht, wie die leiden. Vor allem, manche sind ja schon seit Kind weg. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du als Kind weit was gut für dich tut, oder nicht. Weil dann bist du ja auch schon, ja, in deiner Familie. Du glaubst halt, deine Mutter macht das Richtige für dich. Genau. Du bist halt dann noch ein bisschen abhängig. Der Sack ist anerzogen. Ein bisschen, ne? Ist anerzogen. Ja, eben. Ja, in der Richtung, kann man sagen. Du kennst es nicht anders, ne? Also das hast du dir angeguckt, ne? Ja, was habe ich mir noch angeguckt? Ja, ich bin noch ein bisschen Fan von dem Monsterjäger. Obwohl jetzt wieder sagen, weißt du, wir kannst dir den Scheiß angucken, oder so. Und ich hör's immer mal wieder. Aber ich find die so spannend. Ich find die so jeckt, die ähm, Leute. Ja. Dass man sie immer wieder mal angucken muss, ne? Also ich, und jetzt haben die auch eine neue Serie wieder gemacht. Ist ja total abgefallen. Könnt ihr euch wirklich mal angucken. Also man lacht auch viel. Oder das Beste von dem Monsterjäger. Die haben so ein zusammengeschnitt gemacht. Das heißt, das Lustigste. Also ist wirklich, ja, haben die auch gemacht. Hast du mir auch angeguckt. Das ist wirklich absolut der Hammer. Ja. Und was haben wir so angeguckt? Den, ähm, Schlunk oder wie hieß der? Ja, da haben wir so einen YouTuber gefunden. Ich weiß nicht den Namen. Schrank oder Schlunk? Sorry, sorry, wenn ich den Namen jetzt nicht weiß. Also jedenfalls hat der von Schlecht-Torge so, ähm, die lustigen Charaktieren, sag ich mal so, ähm, ja, kommentiert. Ja. Ich glaub, Schlunk gibt es. Ich glaub, Schlunk gibt es. Er hat auch reagiert. Ja. Und das war so lustig. Ja, also er ist ja erfrischend, also wenn er immer seinen Lachkrank bekommt. Ja, ich liebe das, wenn er lacht. Er kriegt ja immer seinen Lachkrank. Schlunk oder so? Ja, Schlunk oder so. Schlunk oder so. Schlunk, ja, Schlunk oder so. Der S-T-R-O-N-K-Y-S-T-L-O-M, glaub ich, er bestimmt. Oder X oder so. Und, ne, und jedenfalls, ähm, fand ich halt ganz toll, erst mal, wenn er seinen Lachkrank so bekommt. Ja, ja. Ja, in der jetzigen Zeit, der so von Herzen lachen kann, dass die Backengnochen der Bauch wehtut, wie man so sagt, ne. Also ihr müsst ihn echt mal angucken, das ist einfach klasse. So. Na, alles. Ich kann ja euch mal ja wieder beschreiben verlinken. Ja. Wenn es was nicht geht. Ja, dann hab ich mir noch angeguckt von Monser. Natürlich könnt ihr nicht nur schlunken, ihr könnt natürlich auch bei Tori Dreck gucken. Genau, Tori ist auch ganz gut, ne. Ich meine, er hat ja wirklich viel Witz und Humor, ne, wie er das so bringt, ne. Ja. Muss man sagen, also sich da in so eine Rolle rein zu versetzen, ne, das ist schon ne tolle Leistung. Richtig. Ja, dann hab ich mir von Monti das Haus mal angeguckt, das neue. Oh, das ist ein geiles Haus. Also ich kann ja nur sagen, Respekt und wow, Monti, also wenn du es hörst oder siehst. Geiles Haus. Also ein Haus, absolute Hammer. Ich möchte reinziehen. Ich auch. Ja, also wenn du eine Wohnung frei hast, ja denkt man uns. Ja, wir kommen sofort. Also, absolute Hammer, was du dir da geleistet hast. Das stimmt ja von dem Punkt auf das Hammer und so eine tolle Linie da gezogen in diesem Haus. Und auch in der, das stimmt die Deko vom Bild über die Wand und man kann gar nicht mehr sagen. Also es ist einfach nur ein Traum, ne. Also es ist wirklich ein Traum. Du kannst auch wirklich stolz darauf sein, so ein Projekt zu haben. Du hast es dir auch wirklich verdient. Du hast es dir auch wirklich sehr, sehr hart erarbeitet. Ja, richtig. Du bist der Hammer. Also man gönnt es dir von Herzen und ich finde es einfach klasse. Alles weiter so. Das eine, was ich nur schade finde am Monti beim Livestream, dass man nur mit ihm schreiben kann, wenn man ihn abonniert. Aber so ist halt so. Ja, ich denke mal von irgendwas muss man leben. Ja, eben. Ich kann es glauben, ich sage ja nicht, dass es falsch ist. Es sagt auch nicht, dass man etwas dagegen hat. Ich sage einfach nur, was ich schade finde. Ja. Ja. Aber gut. Aber gut. Das ist deine, sagen wir mal. Ja. Ich meine, irgendwas muss man auch leben, ne. Genau. Irgendwas muss man leben, ne. Aber ich könnte sagen, schaut euch mal das Haus an. Ich bin noch gespannt auf den nächsten Teil. Ich glaube, der Keller hat ja noch. Ja, der Keller. Und ich will den Keller sehen. Ob er sich jetzt die ganzen Meerschweinchen und Häschen so gekauft hat. Ja. Oder ob er gesagt hat, ob er sich jetzt die ganzen Meerschweinchen und Häschen so gekauft hat. Und das Meerschweinchen macht ja was ganz anderes drauf. Ach du, was anderes, da in Rien wird richtig gespannt. Also, wirklich. Ja. Also wir freuen uns ja noch wenigstens. Aber wir wollten ja eigentlich mehr über uns erzählen. Ja, jetzt haben wir den rundum gemacht. Also, was machen wir eigentlich den Unterseiten? Keiner weiß was wir tun, weißt du das eigentlich? Ja, jetzt sind wir im Moment sehr eingeschränkt. Ja, sehr eingeschränkt. So, wir gehen im Wald. Ja gut, wir gehen im Wald, klar. Das kennt man ja schon, wenn man geht im Wald, kennt ja schon eine von unseren Filmen. Oder wir machen auch eine Geisterjagd, das sind wir auch spezialisiert drauf. Wir haben was geplant. Das ist schon wieder unser Hammer, also was wir gerne machen, ne, die Geisterjagd. So, ich wisch das jetzt noch mit Spielen aus, weil ich das halt immer so mache. Nehmen wir so. Ja, also Geisterjagd, das sind wir weiter. Ja, ja, das machen wir noch, ne, also, ja. Ja, jetzt in der Lockdown-Zeit machen wir nicht so viel, jetzt wie sonst. Normalerweise würden wir jetzt wieder so auf Mittelalter-Märkte gehen, wir lieben das ja auch. Ja. Ne, so Mittelalter-Märkte. Oder Weihnachtsmarkt, so wer hat den besten Weihnachtsmarkt sozusagen. Blühwein jetzt. Blühwein jetzt. Blühwein, also jedenfalls, ja, machen wir auch schon mal ganz gerne. Jetzt haben wir die hier auch. Bin ja ehrlich, ich liebe Blühwein. Ja, wer nicht, ne. So mal in kalten Tagen. Auch wir mögen es nicht, wir lieben den Kakao oder Punsch oder was weiß ich. Ja, gut. Also alles, was wir haben, ne, kann man sagen. Genau, ich liebe Blühwein. Mhm. Oder Hobbit hat ja immer diese Kreppes-Dinger geliebt. Ja, die konnte ohne Kreppes ging es gar nicht, ne. Kreppes und Punsch, glaub ich, hat sie gerne mal getrunken, ne, glaub ich so. Wie Kakao. Oder Kakao, ja, Kakao. Die war Kreppes und Kakao. Kakao. Und ich glaub, Blühwein hat sie auch getrunken. Hat sie ja mal mit uns mal gemacht, ne, von der Tour. Auch mal schöne Grüße an Hobbit, ne. Also wir sind nicht auseinander, wir sind auch weiterhin befreundet, wir werden immer wieder gefragt. Nein, also wir haben keinen Stress. Gar nichts, nur sie hat jetzt immer mehr. Und, ähm, ja, ich weiß, ich brauch es ein bisschen länger. Aber ich hab das lieber gründlich. Mhm. Ja, ja, sagen wir schon. Gerade die Ecken sind ja auch sehr wichtig, ne, dass man die Ecken da macht. Gerade jetzt, wo wir Fliegenzeit haben, weiß ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist die Witterung, ne, das ist im Moment. Und das sollte man doch richtig ausreiben, weil sonst hast du hinterher Milben oder diese Haarlinge. Genau. Und so ein Haarling, da hat ein Meerschweinchen echt recht geklappt. Weil die können da richtig krank von werden, überhaupt neue Tiere. Also nehmt euch bitte Zeit dabei. Ihr macht das ja auch schließlich gerne, weil ich lieb ja auch alle eure Tiere, nehme ich immer an. Ja. Ja, das haben wir ja auch gesagt, bald haben wir Lockdown, wie ihr wisst. Oder wir warten. In zwei Tagen haben wir mal Pische? Ja, eventuell. Und wir wissen, da hinten in die Ecke muss man machen. Erzähl nicht. Ja? Ja. Und oben auch, da ist oben alles drauf. Ne, ganz in die Ecken rein. Ach, da hinten aber? Ja. Ja. Okay. Also die habe ich jetzt durch die Schattierung nicht gesehen. Ja. Also jedenfalls, wir warten ja jetzt, heute ist der dritte Advent. Wir haben heute wieder eine Entscheidung getroffen. Ja. Und wir warten jetzt auch, müssen wir am 10. Äh, vielmehr, müssen wir schließen am Mittwoch oder müssen wir nicht am Mittwoch schließen. Dann wäre das bis zum 10. Januar eventuell. Würden uns alle ein bisschen hart treffen. Oder vielleicht sogar länger, das wissen wir nicht. Oder auch länger. Ja, und dann wird ihr sowieso von uns mehr sehen. Das heißt, wir werden dann mit euch auch ein bisschen mehr machen. Wir werden auch mehr und mehr kochen. Also wir haben dann ein bisschen mehr Freizeit angeboten. Wir wollen jetzt auch mehr aus uns rauskommen. Ja. Das heißt, wir wollen uns schnell erzählen, was aus unserem Alltag so wirklich so ist. Dann nehmen wir euch mal richtig mal rein im Alltag, weil dann haben wir auch mehr Zeit. So. Und ich denke mal, dann lernen wir uns auch alle mal ein bisschen besser kennen. Sorry, wenn ich jetzt so einfach mal stimmige. Weil ich auch sehr wichtig finde. Das ist ein Spray gegen Milben und Heide. Zeigst du mir das Spray mal rein, damit man da überhaupt mal weiß, was das ist. Das hat mir mal ein Tias gegeben. Und das soll man eigentlich immer machen. Glauben die Leute. Auch die Ecken, ne? Gründlich machen. Nicht mal nicht so, ne? Im Allgemeinen auch die Ecken, ne? Glaube ich. Ja, ja. Überhaupt. Ja. Weil wo Heuchtigkeit und Heu ist. Bilden sich Milben und Talinge, ne? Glaube ich. Ja. Legen die Fliegen halt ihre Eier ab. Oder halt. Umgeziefer. Mhm. Und den Heu kannst du mir keiner erzählen, dass da nicht irgendwie was drauf sein kann. Lass mal schütteln oder so, wenn es nicht geht. Ja, sollte man schon machen. Eben. Ja. Ist ja auf Naturbasis. Ja. Wenn die Tiere jetzt nicht denken, das schützt die Tiere mal noch Chemie rein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ist alles auf Natur. Ich bin bei einer Heilpraktikerin für Meerschweinchen. Also für Nager. Ja, doch. Sie arbeitet sehr stark mit Teilpraktik. Ja, wird auch Normalmedizin und Teilpraktik. Doch. Ja. Würde ich so sagen. Ja, sie macht beides. Und deswegen hat die mir das halt empfohlen. Und ich habe gedacht, geil, das kriegt man auch beim Fressnapf. Ja. Also man vergiftet die Tiere nicht damit. So, jetzt habe ich sie. Ja, genau. Man vergiftet die Tiere nicht damit. Na, das ist alles auf Naturbasis. Das riecht auch nicht. Das riecht auch nicht. Nein, das riecht gar nicht. Das riecht minimal, aber nicht so fress. Nein, das riecht das gar nicht. Bisschen. Also ich habe schon mal eins gerochen, da bin ich zurückgegangen, ne. Also es hat so schimmig gerochen. So jetzt. Parteien wir das noch mal kurz mit dem Lappen? Ja, ich muss jetzt mal mit Tränen. Guck mal die Kätzchen. Guck mal. Parteien wir das? Was machst du da? Oh, kleine Maus. So. Donnie. Fühlt sie dich wohl? Hm? Kleine Maus? Ja. Ja, fühlt sie dich wohl? Ne, ne, zu chaotisch hier, ne. Mach sie nicht. Ah, weiß nicht wohin, ne. Ja. Wissen? Zu den Meerschweinchen auch. Zu den Meerschweinchen. Aber wie ihr seht, die tun sich nichts. Wird jetzt so geschnuppert. Genau. Entschuldigung. Und das Bettchen ist auch für die Kätzchen. Ja. Also es ist nicht Kätzchen im Bettchen. Ich glaube das bleibt ein bisschen klein. So, was machst du jetzt? Was kommt da rein? Wo ist dieses Unterschreiber, dieses Strohschreiber? Mh. Spart nicht damit. Nein. Spart nicht damit. Spart nicht damit. Spart einfach nicht damit. Spart einfach nicht damit. Spart einfach nicht damit. Spart einfach nicht damit. Bei Meerschweinchen, die habt ihr euch standen. Die kriegen dann keine Fußräume. Die kriegen dann, was weiß ich, was kriegen die noch gerne. Mit dem, äh mit dem, mit der Blase frisch. Aber die können dich nicht erkälten, ne? Weil die dann warm liegen, ne? Stimmt das, ja? Die kriegen das ja nicht mit der Blase. Sie kriegen keine Fußbäude. Mh. Oder sonst irgendwas. Weil wir haben keine Fußbodenheizung. Richtig. Wir haben eine ganz normale Zentralheizung. Richtig. Und weil, wenn du keine Fußbodenheizung hast, ist klar, kommt die Kälte. Wie du willst, merkst du auch, sie hat meine Füße. Nicht nur die Kälte, die Nässe. Guck mal, Meerschwein, die künkelt da rein. Meerschwein, die kackt da rein. Ist halt so. Und dann liegen die durch den Stroll richtig im Nassen. Und das wollte ich, möchte ich nicht. Und da das nicht passieren soll, sparen wir auch nicht damit. Was hast du denn so viel in der Freizeit, Pessie? Jetzt bist du mal dran, Pessie. Kannst du mal dran, Pessie? Kannst du mal dran. Kannst du mehr Schweinchen sauber machen? Ja, ich spiele. Also erstmal die Ferne. Passenlose und so. Meisterjagd. Dämonenjagd. Wie wir eher so Dämonenläger sind. Ich liebe ägyptische Hüten. Ägyptischen Röcker. Und ich liebe es, Computerspiele zu spielen. Die man nicht mit Tastatur filmt. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der krass mit Felspiele mit der Tastatur würde spielen. Was verstehst du dich unter Dämonenjäger? Ja, es gibt ja Geisterjäger. Und wenn es ein bisschen höher wird, dass du denkst, meine Sachen, Kühlschrank sind schlecht, oder hier ist eine Aggression, ich krieg das da nicht raus, dann kann es ein Dämon sein. Und deswegen liebe ich eher böse Geister und Dämonen. Darauf habe ich mich spezialisiert. Genauso wie du dich auf Geister spezialisiert hast. Ich erkenne die Muster, weil jeder sehr Dämon hat sein Muster. Ja, und deswegen mag ich das auch. Weil die können einen nix für nix überraschen. Wie ein Geist. Bei einem Geist weißt du nie was passiert. Bei einem Dämon weißt du was passiert. Deswegen. Und ich liebe ägyptische Mythen über alte Götter und so. Ja. Ja. Okay. So. Und natürlich Juku. Ich würde auch gerne wieder live gehen mit euch, zu euch. Aber ich habe ein technisches Problem, haben wir. Ja. Und zwar, entweder fehlt uns der Ton und in Juno kommt er leider gar nicht mehr rein. Und in Skype leider nur ohne Ton. Und wir arbeiten mit OBS. Vielleicht kennt sich da jemand mit aus, der sagt. Mein Leute, das und das müsst ihr nur drücken und dann ist gut. Genau. Kann ja ganz kleine Fehler sein. Darf ich mal das so übersehen. Oder wir haben wieder einen Anschlussfehler gemacht. Kann ja auch sein. Ich habe schon so viele Tutorials gesehen. So viele Fehler rausgeholt. Aber dahinter kommt irgendwie nicht. Mhm. Ich finde das ist toll, das sieht so schön an. Und ähm, das sieht schrisch weich an. Mhm, das glaube ich ja. Schrisch weich an. Nur ein kleines Bettchen, ne? Ja. Vielleicht heißt es saugen. Ich sehe genauso aus wie der Kasten hier. Kann ich recht reinlegen. Ja, ich glaube auch. Man soll das klein machen, damit die sich nicht verletzen, glaube ich. Ja, damit es einfach bequemer ist. Mein, willst du mal vorbelaufen? Also ich habe da keine Lust drauf. Ich meine, wer gerne rubbeln mag, das kann man sagen. Man soll auch ein bisschen drauf achten geben auf Späne. Die haben so Spitzen, ne? Das haben wir auch schon mal gehabt, ne? So, jetzt brauchen wir noch eine. Ne, ich glaube das reicht vom Streu. Ja, denke ich auch mal das hier. Streu reicht. Ich habe nur wieder 4 zu 4 gekauft. Nicht schlimm. Fürs nächste Mal. Kennt ihr das Leute, wenn die... Das ist ja auch nicht schlimm fürs nächste Mal. Es läuft ja im Krieg. Streu hält sich ja ewig. Boah. Entschuldigung, wenn ich viel zu viel Streu holt. Das riecht mir noch jetzt, das riecht ein bisschen holzig. Ein bisschen nach Wald. Ja, riecht gut, ne? Und jetzt, wisst ihr was da jetzt noch rüberkommt? So. Das war jetzt die Milchhütte. Genau. Die Milchhütte. Das war jetzt wirklich Chaos. Ja, ist normal. Ich wollte gleich der Staubsauger. Ja, normal. Ich weiß, dass es jetzt chaotisch ist. Du hast mich überrascht. Ich dachte, ich mach schnell die Bärschweinchen sauber. Nee, aber nicht ohne. Was liest du eigentlich gerne, Walli? Was tue ich? Was liest du eigentlich gerne, Walli? Was liest du eigentlich gerne, Walli? Was liest du gerne? Ja, wenn ich mal Zeit habe. Ja, wenn ich mal Zeit habe, ja, also ich lese immer sehr gerne so, ähm, ja, Geschichten, die aus dem Leben kommen, sag ich jetzt mal. Inwiefern? Na, also ich mag jetzt nicht, da einfach so ein Krimi zu lesen, sondern ich mag so indirekte Geschichten auf dem Leben. Ja, mach mal ein Beispiel. Ja, damals habe ich mir mal gelesen das S, wenn das viele kennen, oder ich. Nein, sie nannten mich S. Oder sie nannten mich S, ja, ach ja, das S war mit dem Clown gemacht. Ja. Sie nannten mich S, na, und das war auch so jemand, wo die Kinder misshandelt werden, oder, also nicht immer so Schicksalsbücher lebe ich gerne. Aha. Ja, also ich liebe Geschichtsbücher, ich liebe Esoterischbücher, ich liebe Hopperfilme, äh, Bücher, kennt ihr sie? So mit Vampiren und so. Aber natürlich auch Schicksalsbücher. Ich meine, Esoter machen wir auch viel zusammen, ne, das ist sowieso klar, das übergänzt das schon gar nicht mehr. Ja. Das, äh. Deshalb wünsche ich die neuen Zuschauer. Ja, also das machen wir beide mit Esoter, wir legen auch beide Karten mit. Wir, äh, ja, wir machen auch wie gesagt schon die Geisterjagd zusammen, oder auch so andere Dinge. Ja. Ja. Oder auch, das wollen wir euch auch demnächst mal vielleicht mal wieder zeigen, wir haben auch lange nicht mehr gemacht, wir machen auch wieder so selber Tee, esoterischen Tee. Ja. Ja. Na, das können wir auch mal wieder machen. Ja. Ja. So mal ein bisschen mehr aus dem Inneren der Esoterik euch mal wieder zeigen, oder auch wir machen auch demnächst weiter auch wieder die Kerzenschule, also die, ähm, Hexenschule. Ja. Haben wir auch wieder vor. Ja. Ja, und das werden, ich denke einfach mal wo der Lockdown jetzt kommt, können wir uns da wirklich in vielen Dingen wieder so ein bisschen reinschmeißen. So, jetzt ist es fertig. Nein, natürlich. Das sieht aber auch richtig kuschelig aus, schaut mal. Ist das nicht kuschelig? Ja. Also wenn ich jetzt ein Meerschweinchen wäre, würde ich das reinbringen. Ja. Wenn ich hundert, darf ich mal ein Schwietchen. Weil die haben hier immer noch ihren Aufpasser, wie ihr seht. Das ist eine Dolly. Ne, Dolly? Hm. Und du seht, den geht's richtig noch gut. Hm. Werte nicht, dass er seinen großen Freund, der auf einen aufpasst. Genau. Das ist eine Dolly, der auch manchmal. Ja. Jetzt muss ich passieren, um ein bisschen mehr zur Seite zu kommen. Ja. Ich schaue, ich komme jetzt hier. Okay. Ja. Ja. Ja, jetzt passiert hier viel. Ne, Dolly? Ja, jetzt passiert hier viel. Ja, passiert hier viel. Ne, Dolly? Kleine Maus. So, jetzt hast du schon den Deckel drauf. Genau, hier ist schon wieder ein bisschen mehr Platz. Ups. Ich mache alles runter. Das ist normal. Ich bin toll, toll, natürlich. Ja, gut, der ist auch ein großes Teil, ne? Das ist ja gerade leicht drauf zu machen. Ne, weil das ist ein altes Teil. Und das ist dann noch blöder, weil sich das gern verzieht. Und ich will ja nicht, dass die sich wehtun. Ach ja, wie oft machst du ein Meerschweinchen sauber? Wie oft soll man das sauber machen? Also, kommen wir drauf an, was ihr nehmt. Also, ich mache bei dieser Kollektion das alle zwei Wochen sauber. Mhm. Manche machen es jede Woche sauber, manche jeden Tag. Jeden Tag finde ich übertrieben. Ja. Sorry, Leute. Weil die sollen ja sich noch zu Hause führen. Das über einen Kalkstein. Zeig's mal. Da sieht es sich mal so. Ja, können die auch nicht nadeln, ne? Ja, genau. Die können auch nadeln, ne? So ein bisschen abschrubben. Richtig. Oder eine Erhöhung fürs Leckerli kann man natürlich auch machen. Dann haben die Wasser. Ja, den habe ich eben schon gegeben. Wasser. Da gibt es noch eine Wasserflasche. Da gibt es auch eine große Bahn. Habe ich schon heute Morgen gegeben. Ja. Zwei verschiedene Größen gibt es den. Ja. Ich gebe denen nur einmal am Tag Wasser. Die Deidsteine brauchen die auch. Die Deidsteine haben die auch. Ich nehme gerne hier diese natürlichen Dinger. Das finde ich besser als die Chemie. Guck mal, ob ich ihn draufkriege. Ja, die habe ich innen. Hör mal so und hör mal so, ja. So. Die Blätterli hängt da auch schon. Natürlich. Da sollen die auch schon mal bekommen. Ist gut für die Zähne. Ja. Am besten auch alles getreidefrei, Freunde. Dann werden die auch keine Geschwüre oder so. Darmgeschwüre, ne? Ja. Also wir haben das auch schon wirklich. Ach, da kommt die Isis. Wir haben auch schon wirklich die Erfahrung gemacht. Ja. Seitdem wir jetzt keine. Getreide mehr nehmen. Leben nicht mehr länger, ne? Also Dein ältester war? Mein ältester war 11,5 Jahre. 11,5 Jahre, ja. Ne, mein 13. Ja, hat schon Rekorde gemacht. Ja, passt. Ja. Ja. Hallo, Isis. So ein bisschen wie Schanz-Meerschwanchen. Hallo. Wenn ihr viel beim Meerschwanchen ein bisschen wollt, guckt euch die Eifel von Schanz an. Der klärt da ganz viel das unter dem Meerschwanchen-Kanal. Ist jetzt keiner drinne, Isis. Und früher hat er es richtig gut gemacht. So viel jemand? Wie er es heute macht? Weiß ich nicht. Oder? Sehr süß. Ja. Keine Ahnung. Aber früher hat er es richtig gut gemacht. Hallo, Isis. Isis sucht? Ich merke, jetzt ist niemand drinne. Warte mal, dass ich mal trotzdem Heu. Ihr wollt ja ungefähr wissen, wie viel Heu da hat. Ja. Was braucht Meerschwein noch? Wenn ich jetzt, wenn wir Weihnachten kaufen, ja viele, weil ich auch nicht so viele Tiere. Hä? Manche verschenken ja auch Weihnachten Tiere. Das heißt auch Meerschwein. Sollte man nicht machen. Sollte man nicht machen. Aber was braucht man? Ein Heu, braucht man denn auch noch? Also du brauchst einen Käfig oder irgendwas, was du hier reinkommen kannst. Kann auch ein selbstgebauter Holzkäfig sein, wo wir ja durchstocken können. Den selber überlassen. Dann brauchst du auf jeden Fall einen Seilstein. Du brauchst ein Näpfchen oder ein Näpfchen, wo du Wasser rein kannst. Oder eine Flasche. Weil bei mir Näpfchen waren mal Heu und Streu drin. Das fand ich nicht mehr so lustig. Mhm. Du brauchst auf jeden Fall einen Futternapf. Du brauchst getreidefreies Futter. Mhm. Und wie du sie gesehen hast, würde ich dieses Unterstreu. Ich würde das immer machen mit Unterstreu. Normalstreu und halt Überstreu. Wie geht das denn auch? Kann ich auch Frischfutter geben? Natürlich. Also Meerscharnchen oder mehr Frau Liebe. Also meine Meerscharnchen hassen Möhren. Gibt es nicht oder? Ja. Meine Meerscharnchen hassen Möhren. Aber wenn ich mich immer so bewege. Die lieben Salat, die lieben Gurke, Zucchini, Tomate. Zwischendurch haben sie auch mal ein Stück Milone bekommen. Soll man nicht zu viel machen. Ist nicht gut. Aber einmal im Jahr habe ich es gemacht. Soll man, wenn es sehr heiß ist, dann haben wir das schon mal gemacht. Aber nur wenn es richtig heiß ist. Soll man nicht so viel machen. Ja, ich zeig das mal. Ja, das habe ich selber vermischt heute. Das ist alles in der Natur. Riecht auch gut. Alles mit Kräuter, Obst und Gemüse gepresst. Und dann ist viel Heu zwischendrin. Genau. Ja. Das sind die halt so gewöhnt. An Leckerlis. An Leckerlis. Damit es trocken bleibt. Ja, damit kein Tier rankommt. An Leckerlis gebe ich denen immer solche Stangen. Die sind zum Beispiel jetzt mit Blüten. Und die hier müssten ja auch so ein Geblumenzeug sein. Ja, ist ja gar nicht. Ja, hier. So. Und die Püren, die wir momentan haben, ist sogar mit Erdbeeren. Wie nehmen die? Ja, das nehmen die. Na, ich habe neben getrocknete Erdbeeren. Meine lieben auch frische Erdbeeren. Soll man aber wieder nicht so oft geben. Mhm. Ja. Und jetzt kommt der Teil. Ja, komm die Kleinen. Hallo ihr Meile. Na. Wird er ich wohl? Ne, ne? Ist doof, ne? Na. Wie ihr seht, Dolly sitzt hier. Hallo Roxy. Ja. Ja, das ist ja mit Erwartung von. Bei dieses muss ich das immer so ein bisschen zumachen. Ja, ist es. Guck mal. Das ist die, oh, da ist die kleine Roxy. Sie ist jetzt auch schon drei Jahre alt. Seht, ist ja der Albino-Augen. Ich wollte eigentlich ein schwarz-weißes haben Aber wir waren bei einem Zoogeschäft Und dann hieß es, ja, wenn dieses Tier Habe ich durch Zufall, wie zwei Verkäufern geflüstert haben Wenn dieses Tier bis heute Abend Nicht verkauft wird Dann geben wir es einfach den Schlangen Und da war die noch ganz klein, da habe ich gesagt Nix gibt es für das Tier sofort haben Da war mir die Fellphase total egal Dann gehörte Roxy einfach zu uns Bei das musste ich dann auch wieder nicht Passt auf Also nicht nur mal beim Tier hingucken Auch mal in Zoogeschäften gucken Dann können die nicht verfüttert werden Ja, Esel zieht mich aber dann aber da Nö, 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 nö Nicht mehr Schweinchen angeln Auch wenn das nicht so gemeint ist Hallo, Zohl Zohl ist jetzt fünf Jahre alt Und ist auch noch total fit Zeig mal Gehst du nach, immer ein bisschen zurück Also Zohl ist fünf Jahre alt Und die ist noch richtig neugierig Und die haben wir auch von einem Zoo verhandelt Weil wir gehen nicht so ein Tierheim Und kann jeder machen, wie er will Weil wir denken, die Tiere möchten ja auch ein Zuhause haben Jedes Tierheim Auch Tierheim soll man auch unterstützen Ja, jedes Tierheim so Aber ich habe bis jetzt immer Glück gehabt Mit diesen Zoo-Beschäften Ja, und diese Wir haben ja immer noch einen speziellen Leider macht er jetzt auch dieses Jahr zu Ja Oh, 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 sie springt Und, ja Huh, ich habe noch gesagt, nicht springen Und sie springt nur von mir an Genau, so, jetzt seht ihr mal Wie glücklich die sind Du bist jetzt im Schatten Ich mach Schatten Entschuldigung Ja So, jetzt haben wir mal Seht ihr Den geht es jetzt richtig gut Ja So, jetzt mal ausgekundschaftet Was geht es hier neu Genau Steht mein Häuschen noch da Ja, mein Häuschen steht noch da Und, was machst du? Ich bin schon wieder am Puttern Ja, das ist normal Also wenn Meerschweinchen nicht frotzen Dann sind sie krank Dann müsst ihr euch Sorgen machen Also, wie ihr seht, den geht es richtig gut Ja Wollt ihr schmatzen? Und meckern Ne, freuen, das ist kein Meckern Das ist einfach freuen Ne, die hat gemeckert, weil nichts war zu nah ran Achso Ja Zeit noch mal ein bisschen Trocken, also Frischfutter kriegen sie auch hier eigentlich jeden Tag Mhm, soll man auch, ne Kriegen sie auch Aber das haben wir halt schon gefrotzen Wursti mögen keine Möhren Wie viele Umkosten kommen ungefähr drauf mit Futter, weißt du das ungefähr? Also ich rechne immer so Monat Monat rechne ich so um die Komm her mal an, wo du kaufst Also ich gehe immer so um die 40 Euro Mhm Dann bin ich gut dabei Also 40, 50 Euro, man kann sagen guter 50 Ja, sagen wir 30 bis 40 Euro Mhm Also 40 Euro ist jetzt mit Und mit Gemüse und den ganzen Ähm, ganzen Frischzeug, würde ich schon sagen 50 Euro Man hat ja auch meistens auch Gemüse auch immer übrig Ja, ja eben Dass man sagt, okay Einen Salat habe ich doch immer Ein bisschen Gurke Genau Genau Staub, ne Ja Schau Staub Oh Ja Ja Jetzt habt ihr ein bisschen was wollt ihr erfahren Wenn ihr hinterfragen habt Was hörst du eigentlich gern für Musik? Äh, ich? Ja, du Ja Tja Tja, also wie gesagt, ich muss mich mal wieder neu eingeliedern Also was hör ich wieder gern Musik hin und wieder mal Rammstein mach ich, Mittelalter Musik mach ich auch ganz gerne Weil wir gehen auch gern auf Mittelalter-Märkte Mhm Ein bisschen Gossig, auch schonmal Aber ich bin so ein bisschen rundum Weil ich nicht so gerne mag, sagen wir einfach mal so Das ist so ein bisschen Deutschenschlager, das ist so ganz meins Und Heimatmelodie Heimatmelodie, ja, ist auch nicht meins so ganz Ja Also ich bin nicht der Entspannungstyp, ne Ich bin mehr der Typ, der ist sehr hektisch und ähm Bei mir muss ein bisschen Ötchen sein, ich muss immer was Neues haben Ja Also ich bin immer in Bewegung, ne Ich bin nicht die Frau, die jetzt sagt, so ich setz mich jetzt da hin Mittags mit einem schönen Tisschen Kaffee Ja, sie ist immer die, sie bringt immer hier schon Hektik und Stress rein Also ich bin nicht der Typ, der sagt, ich setz mich jetzt hin mit einem Tisschen Kaffee Und würdest du mal, ich spreche nicht so gerne hinter der Kamera Ja, das war ein bisschen chaotisch Ach, ist ja jetzt egal, Leute, ich hab die Tisschen sauber gemacht Ich bin immer nicht der Typ, der jetzt sagt, so ich bin jetzt hektisch, äh, bin ruhig Der sagt, ach, jetzt entspann ich mich so schön mit einer Tasse Kaffee Und, und vielleicht, ich bin nicht Taucher Ja Und, ach, bin ich nicht Ich kann auch nicht da schon lang ein Buch lesen Ah, ich schon Ich lese zwar mal Und dann muss ich auch wieder zur Seite Dann bin ich schon wieder am denken Was machst du jetzt? Ach, du könntest heute mal mit dem Fenster putzen Ach, du könntest heute mal das machen Weißt du, ich bin immer so in Bewegung Es ist furcht, mit dieser Frau zusammen zu wohnen Weil die bringt immer ziemlich viel Unruhe und Hektisch rein Manchmal würde ich sie am liebsten am Bett fesseln Oder auf dem Sofa fesseln Damit sie mal 10 Minuten ruhig sind Ne, wirklich, das nervt manchmal Ja, ich bin wirklich Ich seh deine Überrasch Die ist ein Wirbelwind Jetzt auch Jetzt würde ich dann wieder alles rausschmeißen Jetzt wird geputzt Jetzt wird gesaugt Erstmal geputzt Und gemacht, getan Irgendwann ist dann wieder Abendbrochen Dann ist es gelaufen Das war es Ja, so ist sie wirklich Deswegen können wir auch nicht drehen Weil sie ständig irgendwas macht Ja Ich kann, weil ich kann sie machen, was du willst Sie ist nicht zufrieden Wenn ich da bin Wenn ich auch wieder zum Beruf liege Dann muss ich mir dazu mal nach Hause Gleich, ja Ich bin wieder am Plan Ja, wie machst du den Laden wieder neu Jetzt kommt Lockdown Ja, was machst du jetzt Machst du jetzt noch Wieder was Neues rein Machst du jetzt Angebote Wie was weiß ich Dann haben wir ja sowieso jetzt vor demnächst Also das wird ja auch im nächsten Video erfahren Dass ein ziemlich großes Angebot auf euch loskommt Denn irgendwie muss ja alles raus Ja klar Ja, ich hab jetzt keine Lust da Meine Sachen nicht Ich hätte mein Lockdown mit ein bisschen länger dauern Als den 10. Januar Denke mal Ähm Dann muss man sich auch wieder was überlegen Ja, ich mein Ich hab Ich kann für dich die ganze Wohnung machen, wie ich will Du findest immer irgendwas Dann mach ich hier Putze, mach dies Auch jetzt räume ich Jetzt fülle ich die Schränke aus Toll Sie hat immer irgendwas Das ist frustrierend Ja, ich bin normal nicht Der Typ kommt nach Hause und sagt So Sie ist mein Putzmädchen Ja, trotzdem Ich krieg die Krise Wenn sie immer jetzt rumwirbelt Ich sag immer Du bist nicht mein Putzmädchen Ja und sag immer Hau auf hier rumzubauen Mach mich damit fertig Sehste Und so sind mal Gegensätze Ja 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 Ja, also was ich gerne höre Das ist halt auch Metal Mittelalter Gothic Punk Ja ich liebe auch Ich mag aber auch so die Soterikmusik Ja So Naturklänge Wolfsgesang und sowas Oder so Indianer Ja, sagt man das? Kann man das sagen? Indianer Musik? Ja, Schamanen Taman Musik Genau Taman Musik Genau Taman Musik Sowas höre ich auch total gerne Und ja Ja, ich finde es auch schön Aber ich mag es auch wenn es andere gerne hören Wenn es andere gerne hören Nur Es ist Laia Ich soll mal sagen Zurück Ey, du sagst einmal wenn du nicht da bist Zwei Minuten an Könnte ich das schaffen Und dann steht meistens auf Und wenn ich in die Küche wieder frode Das ist furchtbar mit dir Wirklich Du kannst dich Auch wenn die Herr Hopit war Sie kann sich nicht einfach mal entspannen Oder wenn die hier Schnattchen war Sie kann das nicht Verständlich ist sie überall nirgends Verständlich ist sie Ich habe manchmal das Gefühl Da besuchst du mehr bei dir in der Küche Dir beim Fotzen zu gucken Als hast du dich mit einem Besuch gemacht Ich gehöne dann gerne meine Leute Ah, furchtbar Es gibt Kuchen und das und jenes Na, ich gehöne die dann gerne nach Das mache ich schon mal nach Dann bin ich da wirklich so ein bisschen Ja, von da Ja, viele sagen nur Gastfreund, die finden das heute her Aber setzt doch mal hin Ich sitze da noch wieder eine Minute Und dann fährt die Werbung Ach nee, das Ach nee, hier Ach nee, da und hier Das ist so ungemütlich Ja Ja Echt? Ja Sicher? Ja Hundertprozentig sicher Ja Aber wenn dir auch gar nichts gibt Dann würd ich auch dem Nee, das nicht Nein Wirklich Bleib mal ein bisschen lockerer Bleib mal was ruhiger Ich bin lockerer Du bist hektik Du würdest ja auch am liebsten ja aufschränken Eine Million Sachen gleichzeitig machen Dann müssen wir jetzt schon die Müll wegbauen Aber so ist man immer Jeder ist anders Ja eben Ich meine, heißt das nicht, dass ich jetzt Messi bin Oder so Ja, aber Kann mir was liegen an Nicht so Messi mäßig Aber Ja, Messi? Du bist chaotisch Ja Du bist ja chaotisch Und das chaotische da macht mich nochmal fädig Und mich macht deine Ordnung fädig Ja, so ist er nochmal Ja Ja Was können wir denn nochmal sagen von uns Ja, sportlich Sind wir sportlich? Also ich lauf gern durch den Wald Das war es auch der Sport Wollte ich sagen Wir laufen nicht nur gerne durch den Wald Wir laufen Kilometer Ja, was ich auch gern mache ist dieses Fungwitch, dieses Boxen Ding Ich weiß nicht mehr wie es heißt, aber ich liebe es Dieses Schattenboxen Ja Und wenn die laufen, wieviel Kilometer laufen? 20 Kilometer kann es werden 20 bis 30 Kilometer Ja, die kann es schon werden Also wir sind mal hier gelaufen Da habe ich jetzt einfach mal von Köln nach Leverkusen Schleburg Ja Ja Sind wir auch schon gelaufen Wir sind auch in Leverkusen rausgekommen Sind wir in Köln-Wald erinnert dich Ja auch Und dann waren wir letztens in Schleburg gewesen Und von Schleburg haben wir da zurückgelaufen den ganzen Weg Ja Ja Und bei Dünnwald und die ganzen Ortschaften Mhm Ja und das ist auch schon Das sind schon x Kilometer Du laufst du gut 2,5 Stunden Ja Du laufst du bis 3 Du laufst auf jeden Fall Also wir sind hier nicht der Jam-Typ Wir trainieren draußen Oder ich halt an der Twitch zwischendurch Oder Let's Dance liebe ich und Zumba Aber auch wieder an der Twitch Weil ich weiß nicht Ich bin nicht so gern so ein Jam In Schwittenstudio Ich bin schon mal eine Welt Keine Ahnung Also Zumba finde ich auch interessant Das sind ganz tolle Sachen Ja wie gesagt Ja Also lieben Schwittenstudio Also wir haben hier unser eigenes Schwittenstudio draußen Und das ist wirklich Ja Draußen nur ein bisschen die Welt Ja draußen und halt Twitch Fitness Zoom Also mal ein bisschen mehr hier Weil ja gerade jetzt ein Lockdown Wenn's zu kalt ist Gibt's doch ehrlich zu Wenn's kalt ist oder auch eine Corona Phase Immer mehr zu Hause Ja Ist klar ist ja auch nichts Nehm Wo wird's denn hingehen Aber sonst Also wenn das jetzt mal alles wieder vorbei ist Dann wären wir auch wieder viel unterwegs Und wir werden auch wieder viel filmen Ganz ehrlich In der Corona Phase schlafen wir auch irgendwo mehr Weil du eh denkst Wo willst du denn hin Sehr spät ins Bett ist mir auch gefallen Ja Ist morgen schon vier Und fünf Und wir schlafen lange Weil du immer denkst Wo willst du denn hingehen Das ist so frustrierend so Wo willst du Weil du kannst keinen treffen Ja Du kannst nirgendswohin Wo irgendwas los ist Ja für jeden missbrauchst du irgendwie eine Anmeldung Wie ein Zoo oder so Na klar kannst du in den Zoo gehen Aber da musst du immer Wir sind nicht so diese Wir mögen es nicht so diese Termin gebundenen Gesagten Dinge Mögen wir nicht Und außerdem haben wir meistens Glück Oder Pech haben Dann haben wir Denken wir auch Ja gut jetzt haben wir was angemeldet Freuen uns Traum plötzlich haben wir Regen und Sturm Und dann ja toll Und dann denken wir Ja toll da gehen wir auch nicht hin Ja Und dann hast du bezahlt für Nechsen Ja das ist wirklich so Und ja Und das sind auch so Dinge Wo man sich dann auch überlebt Das normal dann Gut den Tieren tut es gut das Geld Ist klar Ja klar Na aber für uns ist es dann gut Ja Ich möchte ja auch weitergeben Ja natürlich Ja Das sind so manchmal die Dinge Ja kochen tue ich auch immer sehr gerne Das ist klar Ja du ja Wenn noch jetzt wieder anfangen Backen mag ich auch ganz gerne Aber jetzt ist ja auch noch nichts gemacht Du erzählst immer was du gerne Kuchen und Torten Davon haben die echt noch nichts gesehen Ja ist klar Weil ich jetzt die letzte Zeit Haben ja auch gar keinen Besuch Oder so Ja wofür denn Normal backe ich immer für uns Ist das blöd Und wird es eingefroren Weil wir essen nicht so viel Kuchen Kuchen Wenn ich ganz ehrlich weiß Dann mache ich immer für meinen Besuch Die essen gerne Kuchen Die lieben meinen Kuchen Und dann mache ich auch schon Buttercreme oder Krustan Ich habe mir schon überlegt Du machst Kuchen Und ich verteile es an den Nachbarn Und ich gebe es den Nachbarn Ja Kann man auch Aber kann man bei Corona Darfst aber auch nicht Ja eben Oder wir machen es mal anders Mal wieder Wenn das mal ein bisschen locker Jetzt alles gelockert wird Demnächstes Mal Wir haben ja auch einen guten Kuchenfreund Ja Wir haben zwei gute Kuchenfreunde Ja zwei gute Kuchenfreunde Also wenn ich dann Kuchen backe Ist du auch weg Es lohnt sich dann irgendwann mal wieder zu backen Ja 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 und das macht dann auch wirklich Freude Wenn man das sieht wie die Rentmampfen Ja Oder Plätzchen oder so Mhm Und dann denke ich mal dann eben auch wieder richtig los Das ist jetzt alles Ich fühle mich immer so ein bisschen geblockt Eingeschränkt Und eingeschränkt Ja Das ist klar Ja 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 Was ich auch mache Was ich auch mag Ich mag gerne Düfte Muss ich auch mal sagen Ich liebe Düfte Was denn? Ich liebe sehr gerne so Dus-Sachen die fruchtig riechen So nach Pfirsiche, Aprikose Sowas gebe ich manchmal auch mal Lieb ich auch ganz gerne Oder auch so Parfüms Mache ich auch ganz gerne Und so Deos Also alles was so nach richtig frischem Also richtig frische Ähm Wie sagt man Frucht? Frucht So fruchtiges Ne Das mache ich auf jeden Fall sehr gerne Mhm Und ich habe auch schonmal auch schonmal so ein Tag Dann so ein Wellnistag Mache ich auch schon mal ganz gerne Ja So ein richtig Fahlen Ab in die Badewanne Ja Das sagt man In den Haaren Kurpackung Oder einfach mal Färbung rein Mhm Und dann ab in die Wanne Dann Gesichtsmaske Und was weiß ich Mit Färbung gehst du in die Wanne? Echt? Ich mache die Haare dann hoch Ja Krass Tick Tick Klemmerchen dran Dreichen einziehen Okay Und dann wird das dann auch im Duschen ausgewaschen Nach dem Baden Ja Das geht auch ganz gut Und ja gut Der Zeug läuft so runter Aber dann kann man sich ja ruhig immer wieder Duschen Duschen Und dann ist der Doktor Hat sich das Baden ja gelohnt ey Voll Ja Das mache ich auch schonmal So ein bisschen so ein Abwasch ist Für die Frauen Wie man sich mal Ja Und dann so ein schön geduftendes Schaumbad Und dann Ja So ein bisschen Ja Grenzen Ich weiß mal so ein bisschen abwerfen Das mache ich auch schonmal ganz gerne So Pflegeprogramms Also wenn ich so mache Dann gehe ich auch schon ein bisschen mehr dran Also was ich gerne mache Ist halt auch Baden haben Wäre so Entspannung So mit Isotelkmusik oder so Ich liebe das einfach so ein bisschen digital So So Dann So 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 Vielen Dank.